Film ab! Herzlich willkommen zum Lernfilmfestival 2021. Wir haben ja über 700 Filme bekommen. Das ist ein absoluter Rekord. Haben Sie sich schon einmal überlegt, wie viele Avocados sie essen? Harriet Tubman, habt ihr noch nie gehört? Dann jetzt gut zuschauen. Merkt euch, der Name Bösi gehört zu den Frauen, die in den Geschichtsbüchern viel zu wenig erwähnt werden. Schalten wir mal ganz weit hoch, und zwar zu meiner Kollegin von SRF Meteo, Sandra Bohnner. Ich darf euch den zweitplatzierten vorstellen. Es ist ein Film, in dem es eben um den Bunker geht. Gefahren von Strom. Lektion 2, genial von einem Strommast. Es ist lebensgefährlich. Die Jury sagt, er hat extrem gut alle Spezialeffekte eingesetzt. Richtig grosses Kino. Entschuldigung, wir suchen die Schule in Langlau, hier im Emmental. Okay. Gratulieren zum ersten Platz. Großen Applaus. Noch schon herzliche Gratulation. Ich hatte den Mut, dort mitzumachen, weil wenn man nicht mitmacht, kann man gar nicht erst gewinnen. Was machen Sie mit dem Preisgeld, die 400 Franken? Ich denke, wir werden es irgendwie zu dritt brauchen. Maman und Papa und Papa haben noch ein kleines Baby. Jetzt weiss ich auch endlich, wer die Ostereier versteckt. Okay! Denken wir daran, das Internet vergisst nichts. Funktioniert dein Smartphone noch? Es ist noch etwas mehr kaputt, aber es war schon vorher kaputt. Zurück zu der Jury. Der Film gefällt der Jury besonders gut. Grafisch und optisch ist der Film sehr kommunikativ. Und repräsentativ für die Jury möchte ich den beiden Filmmachern herzlich gratulieren. Und wir können nur noch sagen, bis zum nächsten Jahr. Alles Gute, à la prochaine, ci vediamo! Hoffentlich beim Lernfim Festival 2022. Ich freue mich riesig darauf.